So, ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. So wie es aussieht, fällt der Pfingsten jetzt ins Wasser. Morgen sicherlich auch. Es ist heute reglerisch, kalt, 6 Grad. Bis 13 Grad reglerisch dabei. Den Sturm haben wir gut überstanden. Es sind hier nur die Dachluken, vereinzelt hier die Dachluken offen gegangen. Da und eine und da und eine. Ansonsten weiter große Schäden haben wir von Orkan, Marco nicht. Bis heute nichts viel los draußen am Himmel. Genauso bin ich viel los. Es ist ja auch kalt. Jetzt mache ich jetzt nur ein kurzes Video. So, eine kurze Zusammenfassung. Pfingsten heute ins Wasser fällt. Und. Na ja, da wünscht ich alle schöne Feiertage. Also heute schon den ersten Feiertag. Morgen den zweiten Feiertag, der oder kommt. So, jetzt kommt. So, jetzt kommt. So, jetzt kommt. So, jetzt kommt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020